es ist kein feilschaden es ist kein feilschaden das ist jetzt nicht alle auf die gute musik im hintergrund digga kennst du kennst du das video von dem von dem amerikanischen veteran von dem alter der veteran der alte mit dem er kein gefühl mehr im finger hat und so ein shit der erzählt wie er das ist so geil okay er hätte halt nicht das hätte er nicht machen dürfen das ist jetzt nicht das hatte das war das war fucking glück also habt ihr da war nix meine augen haben nix gehört ich bin mich gerade am vorbeugen zu meinem bildschirm ich sehe trotzdem nichts das ding bräuchte ich mal um euren penis zu finden und ihn dann wegzuschießen und max danke by the way für die vier monate was hat er denn da im hintergrund eigentlich haarfärbemittel was ist das er macht das noch ein zweites mal das war's das war's dieser man braucht nie wieder sex wissen was ich mein das war der höhepunkt seines lebens ich wünsche was mache ich ich wünsche ich könnte irgendwas ich wünsche nicht mal zwingend dass ich das kann was er kann aber ich wünsche ich könnte irgendwas das wäre schön naja zu seiner verteidigung er ist nicht an fallschaden gestorben sondern er ist verbrannt also er hat sein versprechen gehalten er ist nicht an fallschaden gestorben muss man muss man muss man auch mal anerkennen das könnte eine e-bratsche sein ich glaube es klang ein bisschen dunkel für eine e-geige oder auf jeden fall klang das nach einem richtig geilen instrument und ich möchte mehr davon hören krass ich mag ja so ich mag also experimentellen shit bei musik da fahr ich voll drauf ab finde ich richtig nice so jetzt hier einmal sniper hit raus also ich selber als jemand der das spiel nicht spielt ich hätte halt nie gedacht dass die hits treffen also da ist ja die kugel velocity ganz komisch anscheinend ok respekt krass die musik ist aber gut man das war gut was mache ich was mache ich kann nicht spielen ich habe sich mal ein bisschen geübt aber das ist jetzt nicht dein ernst was mache ich was mache ich also toast muss getoastet sein kann noch anderes brot ich nehme ohne das ist jetzt nicht dein ernst was mache ich was mache ich das ist jetzt nicht dein ernst tommy ich habe gar nicht gesehen dass der geteilt hat der woher wusste der also ich habe gar nichts gesehen ich habe nicht das ist ja ihr habt recht ich gebe der league of legend spiel scheiße wo war man zwei mal zwei mal was mache ich 2 2 1 es war kein fallschaden wichtig und zwar die laba das ist jetzt nicht er schafft er nicht oder holisch das ist jetzt nicht was machst du nicht er hat jetzt nicht als würdest du noch wilder oh mein gott gerade eben gesagt gerade eben vor drei sekunden so gut er hat trotzdem den sektor verloren er hat die schlacht gewonnen aber den krieg verloren mal wieder so ein bisschen ein bisschen versinken in der sucht nein auf einmal ist alles scharf ich bin auch schon so oft und einfach durch in den scheiß loch gefallen in die lava gestürzt was was wo hat denn der jetzt wen getroffen hat der einen aus dem schrauber abgeschossen oder was ist kaputt ich weiß warum ich kein cod oder battlefield online spiele weil nein werde ich kein bock drauf aus 5000 entfernung erschossen zu werden das ist jetzt nicht so oft mir passiert auch schon so oft passiert wirklich ja als ob ja was mache ich was mache ich alles oh nein ich kann es voll fühlen und mit diamantausrüstung auch noch in die lava scheitert das weg für immer oh nein ärgerlich kann ich voll fühlen das schon tausendmal passiert kommt als ob also also wie zur hölle was mache ich was mache ich das ist jetzt nicht er trifft jetzt nicht woher weißt du das 1135 meter das ist jetzt nicht als ich jemals battlefield spielen sollte kann man das mit einem anderen menschen zusammenspielen multiplayer und so möchte ich gerne mit tom zusammenspielen ich glaube tom carried mich ich verstecke mich einfach so richtig girl-like irgendwo einem gebüsch und und schreifeature herum und tom macht das schon tom führt uns zum sieg was mache ich was mache ich